Hallo Leute, Elden Ring, Folge 16. Kürzere Folge heute, ich bin schon ein bisschen am Stream. Heute ist der Plan, wir gehen zu diesem Leda und ihrer Gang und ich will da jetzt mal mich ein bisschen reingrooven. Kann sein, dass es nur eine Training Session wird, aber ich nehme euch mit trotzdem. Nicht, dass es wieder heißt, hier werden irgendwelche Sessions unterschlagen. Sorry nochmal für den Verpeiler, ich habe nämlich die Bail Session vor der Session davor hochgeladen, habe die ja mitbekommen, haben wir ja hingekriegt, alles gut. Deckel sollte man abmachen zu trinken. Kleiner Livehack an der Stelle. Und den Kampf fand ich mega. Ja, dankeschön. Freut mich. War auch glaube ich, wenn man alle Jokes mal wegnimmt, vielleicht tatsächlich einer der tatsächlichen ansatzweise gottgamingen Momente von mir. Ich habe mich gut gemacht, ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Bin stolz auf den Kampf, den habe ich gut gerockt. Gut rausgefunden, wie man es selber schafft mit der Halbert und so. Dieses Lock-on-Lock-off-Ding war gut, das war nice. So. Okay, äh, wo ist jetzt der Dings? Das Spawnfeuer, der, das Grace. Ich glaube... Hier? Oder hier? Äh, ne, Katakomben war das nicht. Äh, ich glaube hier, hm? Aber wir sind ja immer noch nicht auf, wir konnten immer noch nicht auf diese Brücke, oder? Ne, ist falsch, oder? Ist es hier drin? Es war doch hier drin. Doch, doch, ich glaube schon richtig. Ja, hier durch diese Tür. Und dann, ich glaube, es kommt noch ein Bonfire. Ne, wir müssen eins weiter. Hier? 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 Sorry. Oh, es tut mir leid. Ähm. Oh, Leute, ich weiß nicht mehr, wo das war. Enir Ilim. Okay, danke für den Hinweis. Das war... Ich mache einfach mit dieser Liste. R1. Wie geht das nochmal? Ne. Oh, wie geht das nochmal? Oh. Wie geht das nochmal? Die Knöpfe, Knöpfe sind so anstrengend. Knöpfe. Äh. L. B. Ne, das auch nicht. R. B. Wie? Sides of Christ. Ah, das. Äh, na, na, na. Gucken wir mal. Wo ich das finde. Hier. Okay, jetzt können wir mal gucken auf der Map, wo das war. Okay, wir sind in dem Bereich, dann. Alles klar. Juhu! Mal gucken jetzt. Ähm. Eventuell mit Summons. Irgendwann. Aber ich will es erstmal ohne versuchen. Und vor allem schon mal überlegen, was für eine Waffe. Waffeleisen. Ey, die Halbert läuft mir einfach gut rein für Bosse. Ich mache die nochmal. Das Golden Vow ist nice. Ich meine, wenn es für Bale reicht, dann wird es doch für diese Fuzzis da reichen, oder? Shit, was meint ihr? Die sind doch alle lächerlich, diese Fuzzis da oben. Kai-Säki-Warrior. Dankeschön für den Sub. Hä, war hier nicht nochmal ein Grace irgendwo, Freunde? Muss ich hier den ganzen Weg... Oh, da ist eine Marika ist da oben, hä? Ich schreiß mal auf den Typen hier. Ich glaube, hier ist eine Steak of Marika. Deswegen... Ne, hä? Muss ich das alles nochmal latschen jetzt? Ich nehme die Asche, Golden Vow, natürlich. Mit dem Halbert. Die habe ich ja da umsonst. Falsches Grace war ich, ne? Na gut, jetzt muss ich nicht... Warte, ich mach den mal schnell. Hä? Was war der denn? Was war das denn? Der wird einfach zu Hollow Man auf... Äh, was soll das? Das Grace ist es, hä? Oder das? Wahrscheinlich das. War das gerade ein Fehler? Oder ist das nochmal, dass die... Ich habe ihn noch nie gesehen, dass die Gegner einfach so verschwinden. Ja, was... Oder Asche. Ich weiß nicht, die Waffe hat das automatisch, das Golden Vow. So meinte ich das. Äh, Leute. Wo ist denn jetzt das Grace, das Richtige? Hier? Oh, helft mir doch mal. Ich habe keinen Bock, jetzt da rumzulatschen. Ich weiß nicht mehr, welches das ist. Das hier? Cleansing Chamber? Aber warte mal, das letzte Grace der Liste, ihr habt recht, ist ja immer so storymäßig, ne? Okay, gut, got it. Ist ja nicht so, als würde ich das Spiel schon 250 Stunden spielen und sowas erst dann immer erfahren, aber okay. Das war aus für einen Arsch, wie so. Das ist 15% Damage. Ist doch geil. Warte mal, das gefällt mir nicht. Die Kamera ist schon wieder irgendwie komisch offen zu der einen Seite. Das mag ich nicht. Ja, in der Anwesenheit reicht, dass die Gegner resetten. So nämlich. Okay, genau. Und jetzt ist Grace and Steak. Ah, aber immer dieses Laden ist doch scheiße, Mann. Warum haben die das so gemacht? Okay, Dane habe ich gerade verschwendet, das ist ein Anti-Blitz. Neid um Scheiße. Bell gewohnt. Redmayne Freya. The time has come. I could not think for a worthier foe. This is our moment. Let's make it something to remember. Let's make it something to remember. Shoulders deleted sein. Mach 두들 Nachden. Oh, wie hat die Linke dort? Die kommt genau an gerannt, wenn ich... Den kleinen hab ich nicht mehr. Den hab ich nicht mehr. Come on! Jawoll, der ist weg! Let's go! Nein! Fuck you! Ich muss sie schnell finishen. Oh, wer ist das denn? Was ist das für ein Gangbanger, Alter? Oh, Scheiß-Shit! Wer ist er denn? Fuckin' Chicky-Chan! Ja, was soll das denn? Wie viele sind das denn? Oh, ey, das ist ja aber scheiße, wenn da so viele sind! Das Game ist ein paar Mal bei mir ausgesetzt, war das bei euch auch so? Es hat irgendwie gestockt. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Also, ich glaub sie kam im Game, nicht in OBS oder so. Oh, ich muss die Seelen aufsummeln! Fuck, ich hab vergessen, ich hab zwei... Oh, gut, dass ich mich dran erinnere, Leute. Ich hab schon, äh... Ich hab vergessen, dass ich irgendwie... ...richtig viele Seelen... Wo ist denn der? Wo sind die? Ah, wo sind die Seelen? Warte, wo sind die? Wo sind meine Seelen? Wo sind die denn? Oh, nein! Oh, das hab ich nicht verstanden mit den Seelen! Die sind in der anderen Welt! 300.000... Oh, scheiße! Ich mach mir... Ich hol mir einen NPC, Leute. Einfach so. Hab ich Bock drauf. Ich mach noch, glaub ich, einen Versuch vielleicht. Kann man... Okay, eine Frage an den Chat. Direkte Frage. Kann man während dem Kampf einen NPC noch summonen? Oder muss ich dem anfangen an? Weil... Muss man anfangen anmachen. Okay, ja, das ist natürlich... Das Ding ist halt, das ist halt ziemlich einfach machbar. War... Also nicht einfach, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall machbar mit nem... MPC. Hm... Null. Wie mach ich das jetzt? Ja, war eben schon nicht schlecht, I know, danke. Aber trotzdem, äh... Ja, mit ein bisschen Geduld vielleicht. Ich will's nochmal versuchen. Muss da drin sein, ja. Man muss halt ein bisschen ne Mischung finden aus Aggression beibehalten und auch abhauen und healen. Die ist halt sehr aggressiv, die Arme hier. Ich bin der Redmane Freya. Die Zeit hat gekommen. Und ich konnte nicht hoffen, dass ich eine wörteren Waffe habe. Oh, das ist unser Moment. Hm... Let's make it happen to remember. Das war die Kombo dann, Alter. Das war die Kombo dann, Alter. Was? Ich bin jetzt mal zweimal. Ich bin nicht dumm. Ah, halt das Maul. Oh, jetzt kommt der Ficker mit seinem Fickschwert wieder. Sein dummen... Zwei Samurai. Stäbchen da. Ah, es ist doch auch irgendwo Arsch. Scheiße, man. Ich will irgendwie einen NPC summonen, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, es würde den ganzen Kampf deutlich leichter machen. Erster Drive war ein Reinkommen, was sagst du? Ja. Der war gut, der erste Drive, ne? Neidle Knight-Leader. Dryleaf Dane und unsere Allies will never allow this. I am the Redmayne of Rea. The time has come. Moinsett. 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 Let's make it something to remember. Moinsett. Ah, die Kamera in der Luft ist... Ah, der Reach von der Hellbahn ist einfach... Geil. Ja, ja. Badminton. Ha, 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 ha. Ja, aber so... So, lass doch. Aber ich trau nicht, den A2 kommt. Quatsch. Watsch, watsch, watsch. Scheiße. Mann, den hast ich. Der läuft immer so dumm hinter einem her. Das ist die Idee. Ne, 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 ne. Also, ich sag mal so. Wer das jetzt ein einfacher, normaler Boss mit einem Fog geht, hätte ich viel mehr Bock drauf. Dieses ständige, das neue Summonen, das geht mir am meisten auf die Nerven. Warum die das gemacht haben, ist mir ein Rätsel, ey. Die müssen doch gewusst haben, Leck Miyazaki, dass die Leute da keinen Bock drauf haben, jedes Mal diese Summon-Scheiße durchzumachen. Oh ja, ja ja. Backstab, man. Backstab, backstab. Oh nein. Arreite. Das kommt, das. Das kommt, man. Oh nein! Nein! Oh mein Gott, ich habe mich nicht mehr verletzt. Ah, da kommt der Rhein. Da kommt der Rhein, die haben wir uns auf. Lord of America, you deserve to face the Reckoning. For the birth of a new God and the coming of a Lord. Nein! Woo! Durch ihn durchdrehtschen. Komm, schieß! Und dann zu ihr hin. Mann! Schon wieder Sound aussetzt. Sorry, ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, was da los ist. Mann! Nee, da hat dies... Der wird zu einem fucking Scheiß. Schmeier. Und ich zieh das bitte durch auf deine Art und mach Sushi aus den... Nigiri oder Maki? Ist die Frage. Okay, warte. Das war einfach nur Schwedisch. Was sollte Elvis sein? Wetter, er hat zwei aufgeladen auf' die Fresse! Let's go! Ah, Bats! Ah, Bats! Ah! Nicht Bats! Bats, Bats für mich! Bats, Benze! Nein! Hand! Nein, ich bin doch schlecht hier. Das ist zu aggressiv. Ist die Wand hier? Oh, ich bin doch schon am Ende der Welt. Ja, das ist so eine geile Idee, Donny. Das ist irgendwie eine geile Idee. Einfach mal so, hä, warum nicht einfach stehen bleiben? Wie steht denn das? Ich will doch wieder auf einmal Udo Littenberg. Ich kann den überhaupt nicht. Der schlechteste Udo Littenberg allerzeit. Ich konnte den mal besser. Ich kann den gar nicht mehr. Stugi. Ja, Stugi, man. Ja, Mann, ich kann den mal besser. Ich hab den eben verloren, den Ton. Im Kampf bist du sehr leise. Oh, wir haben das Spiel auch sehr laut. Scheiße, ich muss keinen Ton ändern. Fuck my bad. Wir haben noch K-Pup-Chef-Settings. Nein, du bist timing. Ich muss mich nicht mehr. Ich muss den, was ich nicht mehr. Ich muss mich nicht mehr. Input Reading, leckt mich doch! Es ist schon wieder, es ist schon wieder am Gewittern hier, Alter! Kuchen in der Haustag, moin Leute! Wurde Donnie mit Y geschrieben? War im AdBoss schon gespoilert oder könnten wir eine echte Reaktion sehen? Ich war noch nicht beim AdBoss, mein Name schreibt mir mit dir in. Schön, dass du da bist, hi! Moin! Ich hab Golden Bar auch vergessen letztes Mal, deswegen zählt er das nicht. Annal Allies, ja. Ich bin der Redmane Freya, der Zeit ist gekommen. Ich traue es zu einer Zeit, dass wir einen Schwerz wechseln. Ich glaube ich hab Bock auf was schnelleres. Vielleicht M'Lady. Wie schnell was man denkt, ey! Die ist schneller als man denkt, ohne Witz. Wisst ihr was ich meine? Die sieht irgendwie so langsam aus. Und dann patzt die noch so einen rein auf, ey! Guck mal, mein Sprudel! Moment! Ich glaube, wenn ich jetzt Fenster aufmache, dann ist es zu windig. Aber es ist immer geil, um die kalte Luft aus der Wohnung zu kriegen. Warte, ich mach mal das oberste Ding raus, ganz kurz. Ey! Ich meine, die warme Luft rauszukriegen. Ja, das windet geil durch jetzt, nice. Ich hab den Vorteil, in meiner Wohnung kann ich tatsächlich einen Durchzug machen. Warum... Warum... Warum sind Deutsche so... Lüften Deutsche so... Warum ist das so wichtig für... Also ich... Ja, ich weiß, dass ich hier... Ich bin Deutscher als irisch. Aber das ist doch auch so einer der Dinger, die... Die... Wo ich das Gefühl hab, das ist in Deutschland anders als in anderen Ländern, ne? Lüften ist sehr groß... Sehr wichtiges Thema, ne? Ich sag dir Amis, oder Irland, bei meiner Family und so, wir lüften nie. For real, da wird... Das gibt's gar nicht, Lüften. Da wird ab und zu ein Fenster aufgemacht oder so. Aber sollst du Stoßlüften und so? Also ich find's ja gut. Ich mach's ja jetzt auch. Es macht ja voll Sinn. Aber I don't know. In Irland macht das keiner. Man kann auch in Irland zum Beispiel ganz selten Fenster auf Kipp machen. Ich glaub diese... Also wir haben gar nicht so Fenster, die man so kippen kann. Warte, das ist geil. Alpha021 sagt... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Donny Wasser trinken sehe. Scheiß, Alter. Tell me you have a Coke Zero Problem without telling me you have a Coke Zero Problem, ha? Ja, naja, ich hab ja gesagt, die Woche wird ein bisschen gesünder gelebt. Dazu gehört auch weniger Cola. Tatsächlich. Wasser ist halt einfach schon einmal noch am besten. Aber ich mag's halt nur mit Spudeln. Ich muss mich zwingen zu Leitungswasser. Ohne alles. Never forget the Gurkenglass. Kommen wir machen die jetzt. Auf geht's. Jetzt mal... Ich hab noch gar keinen konzentrierten Try gemacht, Leute. Komm, wir machen jetzt mal einen. Fuck it. The time has come. I cannot hope for a worthier phone. This is a new move. Let's make this something to remember. War ich grad gierig? Hätt's nicht finishen können, glaub ich sogar. Der kommt von da. Ah, nein! Der kommt von der anderen Seite nicht diesmal. Lord of America. Lord of America. Lord of America. Der klingt wie Liam Neeson, Alter. Lord of America. You have 24 hours. Ich find you. I will kill you. I have a certain set of skills. Lord of America. I have a certain set of skills. Lord of America. I have a certain set of skills. getrunken. Ja, das war ein Fehler. Das habe ich auch angesprochen im letzten Stream. Das wird auch nie wieder passieren. Also, drei Monster Energy ist für mich wirklich so... Ich hatte so anxiety den ganzen Abend. Okay, guck mal. Concentration. Concentration. Oh, jetzt habe ich auf den Chat geguckt. Wie hat ich gesagt Konzentration? Ich brauche einen neuen Try. Das war schlecht. Aber manchmal sind es genau die Tries mit schlechtem Anfang, Leute. Aber manchmal auch nicht. Ich will heute Abend auf der Couch sitzen. Und ich will mit diesem unbeschreiblichen, unvergleichlichen, ungleich geilen Gefühl da sitzen. Solitär spielen. Im Hintergrund läuft Star Trek Voyager. Und ich will dieses Gefühl haben von... Dem Boss habe ich es gezeigt. Gestern habe ich das gemacht mit Bailen. Das war geil. Und ich will das nochmal. Ich bin süchtig nach diesem Gefühl. Ich liebe dieses Gefühl. Und jetzt will ich eure Energie im Chat. Das wird das jetzt hier machen. Auf eine geile und konzentrierte Art und Weise. Abfahrt. Und direkt in die falsche Richtung. Das wäre wirklich so eine Braveheart-Rede, weißt du? Und dann alles fertig. Alle Gänsehaut und dann vom Pferd fallen. Oder so. Sorry, Nade. Und dann geht's. Ich bin die Bailen. Ich bin die Bailen. Ich bin die Bailen. Ich bin die Bailen. Aber ich habe... Aber ich habe... Darf nicht heilen. Oh, Sound Offsetzer! Fick dich doch jetzt mal! Die darf nicht heilen jetzt. Nein, nein. Nein! Ich hätte die finishen können, Leute. Ich hatte sie gut im Stagger-Lock. Oh, der kommt schon. Okay, let's go. 13 Heals. Alles gut. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen! Verdammte Scheiße! Ah. Ja, ein Swammer. Schieß doch jetzt mal! Warum schießt der das nicht? Schieß doch! Boah, das war richtig dumm. Aber egal. Ey, ich weiß nicht, was das soll. Das Spiel spielt, Leute. Lädt mich doch! Oh, der Dodge war wichtig! Nein! Oh, komm mit dir! Ein so Tag Team ist ab. Nee, 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 nee. Check die Sound Offsetzer nicht, Mann. Oh, mach doch den Deckel. Oh, ich habe gerade den fucking Deckel drauf gemacht zum Trinken. Zwar offen. Ich mache den Deckel drauf. Nee. Hey, positiv, Leute. Hey, positiv. Hey, das ist immer gut, wenn man positiv ist. Das ist immer gut, wenn man positiv ist. Das ist immer gut. Das ist unser Moment. Schatz! Schatz! Ja! Schatz! Nein! Nein, ich kann nicht dodgen! Sehr riskant, was ich gerade mache. Nein, das war riskant, aber ich wollte es durchziehen. Fuck, ich weiß, es war fierig. Das war der weirdste Website, wie so ein Hamster, der so lustet oder so. Nein, der Drive war gut, ich war am Ende gierig. Ich kriege das hin, Leute, das ist doch machbar alles. Ich sage immer machbar, Nachbar. Ach so, Game Sound! Ja, habe ich die ganze Zeit vergessen, sorry. Ja, danke für den Reminder, Steffi. Ich habe den Game Sound... Habe ich doch vorhin gemeint. Sorry, my beard. Jetzt müsste es besser sein. Wovon kommt sie nochmal? Von da? Von da. Timing ist gut. Nein. Ey, wenn die ihre Kombos macht, dann bist du ja am Arsch. Mach den Zweier. Da ist ein bisschen riskant gespielt von mir, aber hat... Geh mal direkt jetzt in den Zweiten, wo auch immer der kommt. Wo ist denn der jetzt? Von wo kommt der? Ich konzentriere mich jetzt noch auf den Zweiten, ja. Mit seinem Scheiß immer, ey. Ey, der ist... Der ist... Der nervt mich mit seinem... Mit diesem Dark Damage. Okay, andere Schwert. Ich kann die halt nicht staggern, soweit ich weiß. Weil das ja... Die sind nicht staggernbar, ne, Leute? Das heißt, ich kann keinen Ordevis Vortex machen. Was eigentlich immer meine Taktik ist... Vielleicht der Hammer? Fuck it. Let's hammer it. It's hammer time, Leute. It's hammer time. Let's do it. Ha-ha, doppel mehr, Mama, yeah. Aber ich glaube... Staggern tun sie. Also nicht dieses... Haltung verlieren, staggern. Haltung brechen, meine ich. Aber ich glaube... Man kann die schon bonken, den Hammer. So, dass die zumindest... Die sieht den Hammer und macht erst mal Absp... Ja. Woí? Her, war geil getimed. Boa, Hammer time, Leute. Der darf nicht heilen. Nein! Ah, ich hab den Lock während ich geschlagen hab geändert. Aber ich dachte, der kleine muselt auf mich zu. Aber mein Stamina geht zu schnell, ja, gerade mit der Waffe. Aber es könnte eine Taktik sein mit der Waffe. Ah, let's go. Muss mich ein bisschen umgewöhnen wieder auf diese Slow Weapon. Ich kann, ich versuch mal trotzdem den Vortex. Der macht ja trotzdem Damage, wenn sie auf mich zuläuft. Den kann ich eigentlich ganz gut timen, wenn ich's hinkrieg. Kitchen in House, danke für den Prime Sword, man. Tomy159 und Kisek Royal waren auch am Start. Geil, danke, Leute. Ah, der war zu spät. Ja, wie oft hüpft sie denn? Ich glaub, es könnte was werden, wenn ich den nicht aufgeladenen R2 benutze, sondern den schnellen R2 sozusagen. Nein, nein, doch, das geht. Okay, hab ich den grad einhändig? No way. Oh, das ist scheiße. Sack. Sack, love it. Danke für den Prime Sword, war mir nicht sicher. Ist das jetzt, wo ist da der Joke? Ja, ich hab's verpeilt, wenn's einhändig war, my bad. Nee, natürlich nicht einhändig, ich bin doch nicht verrückt. Man kann halt hier nicht switchen. Ich glaub, ich hab's wahrscheinlich hier geswitcht, aber da wir in so einem Hub sind, hat das nicht gemacht, hier hab ich drauf geachtet. Und jetzt hier muss ich switchen. Okay, das war dumm. Okay, das war doch. Alter. Nice. Fucking nice. Yes. Yes. Ich wusste, die heilt, deswegen wollte ich den R2 machen. Ja, Leute, jetzt läuft's doch. Stamina Management. Ja, jetzt hab ich's. Komm. Ich muss Risiko... Ah, das kann aber klappen, Leute. Ich hab extra dieses Stamina-Ding rausgesucht. Ich konnt's jetzt aber nicht usen. Das geht. Fuck yes, ich mach die jetzt. Paz! Ich hab das bewusst gemacht. Ich hab schon gewusst, Stamina wird ein Problem. Deswegen hab ich diese Cured Meat noch... Oder wie das heißt? Nochmal? Warte, ich brauch mehr von den Dingern. Die muss ich snacken. Nee, Immunity war... Nee, das war das Falsche. Hab ich nicht für Stamina noch Zeugs? Scheiße, hab ich gar nicht. Ja, ein bisschen Fire Negation machen, zur Sicherheit. Und der Typ macht Dark Damage, ne? Immunity, komm nämlich einfach. Fuck it, ich weiß doch nicht. Ich leg mir jetzt noch, falls das ein längerer Kampf wird, wirklich noch so ein Blessing drauf. Und... das sowieso... Ach... Ich hab doch die Halbert gar nicht ausgewählt. Ach so, du meinst beide benutzen? Nee, das ist nicht mein Stil. Ich... also ich kann... Ich mach immer mit einer Waffe. Dryly Dane and our allies will never allow us. Anal allies, sagt ihr immer. I am the red main Freya. The time has come. I do not hope for a worthy attack. This is our moment. Let's make a difference for them to remember. Ah, das wär geil gewesen, Mann. Die heilt jetzt scheiße. Ah, ich will da unbedingt rein. Ach, okay. Aber das kann funktionieren. Das kann funktionieren. Ich glaub, wenn ich... Guck mal, da hatte ich jetzt ganz Pech, weil sie einen Backstab gemacht hat. Wenn sie den nicht macht... Ey, mit dem Sound. Ich weiß nicht, was los ist. Soll ich das Spiel neu starten oder so? Ich hab keine Ahnung, warum das so aussieht, sagt. Du hast genug Fire Damage in deiner Physikflasche. Das bringt leider überhaupt nichts. Du hast Fire Damage. Ähm... Doch, die... Die Physik... Also, äh... Ich mach... Ich weiß schon, was ich mach. Die Flask hab ich nicht deswegen da. Die Flask hab ich... Die macht mich einmal quasi unsterblich. Dafür hab ich die. Ich hab einfach keine guten Tränen. Die Tränen ist... Glaub mir einfach. Bisschen früher losmachen den... oder? Das reicht, glaub ich. Geil. Aber ich komm nicht her. Jetzt... Aber jetzt kann ich einen R2? Jetzt noch einen? Yes! Einen leichten? Ah, der Backstab. Siehste, jetzt hab ich null Damage bekommen wegen der... Wegen der... Wegen meiner Flask... Ich bin gierig. Jetzt hat sie geheilt. Scheiße. Der Reach von dieser Attacke von ihm ist heftig. Leute, das kann klappen. Habt ihr's jetzt gecheckt mit der Träne, by the way? Wie hieß meine? Ich find das... Ist wahrscheinlich nicht das Effektivste, aber ich... Mir gibt das ein gutes Gefühl in die ersten... In die erste... Confrontation zu kommen. Weil ich weiß, egal was passiert, ich werd keine HP oder kaum HP verlieren. Aber wenn ich Glück hab und sie mich nicht trifft oder so, hab ich immer noch diesen Schild. Ja stimmt, ich kann trotzdem zwei Tränen reinmachen. Scheiße, du hast recht. Das ist ja nur die eine Träne, die das macht, ne? Okay, wir gucken gleich mal rein wegen Stamina drehen. Du hast recht. Seht die Leute, das ist ein Geben und Nehmen hier. Wir helfen uns. Das ist geil. Das ist die Community hier, man. So muss das sein. Aber am Ende des Tages hab ich recht. Das müsst ihr euch auch merken. Nein, da war nix. Nein, da war nix. Ich kann nicht. Oh, Stagger. Kaum. Ah, nice. Die heilt nicht, nice. Nein! Jetzt heilt sie, fuck. Egal, ich hab bisschen Luft. Ah, da blieb. Hat das grad Peter mitgenommen? Ah, dieser Hammer ist so geil, Junge. Hauf mit dem Sound! Scheiße. Mann, der... Stäckert mich immer, der Wichser mit seinem scheiß kleinen Fützelschwert, ey. Nein, das war's. Das Stamina-Management sitzt noch nicht, aber ich bin guter Dinge, dass das was werden könnte, Freunde, mit der Waffe. Die ist einfach so geil. Mich nervt, dass der Sound immer ausfällt. Das lenkt mich irgendwie ab. Wir starten mal das Game neu, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie die ganze Zeit immer im Hintergrund. Aber da muss ich wieder den ganzen Weg laufen. Hat die eine Idee, was ich dagegen machen kann mit diesem scheiß Sound? Vielleicht noch mal rauszuhaben. Vielleicht liegt's wirklich OBS oder so. Ich wollt eh zum Grace. Ja, gute Idee. Komm. Wir müssen mal kurz das Game neu starten. Ich weiß nicht, was das ist. Und dann mach ich das mit der Flask. Und ich muss auch pinkeln. Das passt. Aber ich glaub, Leute, ich glaub ich... Ich hab ein gutes Gefühl. So, schließt grad noch. War bei Kebabchefs auch schon. Hm, vielleicht... Hat mein PC Problems oder so. Ich seh hier eigentlich nix. Irgendwie Prozesse, die am Laufen sind oder so. Kann mal kurz hier die Profile... Ja, also muss eh bald ein neuer PC her, hab ich ja schon mal gesagt, ne? Also... Den hab ich jetzt auch schon zwei Jahre. Das ist ja quasi alt, ne? Und dann mach ich den PC von hier in das andere Set rein. Also mein Podcast-Studio, mein kleines. Und, äh... Dann kommt hier mal ein was geiles Neues her. Ich bin ganz froh, dass ich einen Grund hab dafür, einen neuen PC zu kaufen. Alles absetzen! Alles von der Steuer absetzen! Okay, wenn wir im Game sind, geh ich kurz pinkeln. Das lädt jetzt grad alles irgendwie ewig. Thomas. Redpill. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Ich will mein Leben zurück! Seit Wochen ungenutzte Podcast-Studio. Ja! Reib's mir halt rein! So! Äh... Kurz pinkeln, dann geh ich rein! No. So! Zerl. No! Nudel! Ja! Nein! Ja! Okay, jetzt ist es auch schon deutlich kühler hier drin. Das Lüften war eine gute Idee. Jetzt, wo er nicht da ist, weil dann alle die Eldenwingen selber spielen. Bei Gegnern mit schnellen Waffen lieber sowas Fettes wie der Hammer nehmen oder auch schnelle Waffen? Ich bin immer da. So eine Frage kannst du ruhig erstellen, wenn ich da bin. Das ist ja völlig basic. Da war es wieder, der Aussetzer. I don't know, Leute. Ich weiß nicht, was... I don't know. Vielleicht muss ich... Ich will jetzt nicht großen Technik-Dörner-Dings-Scheiß starten, aber ich gucke einmal mit Task-Manager, ob da vielleicht irgendein Prozess nervt. CPU ist gerade bei 71%. Ist das viel? Das ist viel, ne? Arbeitsspeicher 42%. Hm. Können wir den PC zweihändig betreiben? Nee, ich habe eigentlich nur Chrome offen. Also die Sachen, die irgendwie Zeug ziehen. Also, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist ein PC-Neustart eigentlich der Lifesaver, aber das mache ich jetzt nicht, Leute. Komm, wir machen jetzt auch nicht mehr super lange. Ich will jetzt noch ein paar Scheiß machen. Okay, let's go. Ich bin der Redmayne Freya. Schade. Ich hätte nicht früher reagieren müssen. Dieser Ficker, ey. Das war so ein guter Try eigentlich, Leute. Ich hätte einmal noch Follow-Up machen können, indem ich einfach noch ein paar Meter weiter laufe. Aber das ist es, Leute. Mit der Waffe ist das machbar. Nö, Pia, das hat nichts mit dem Headset zu tun, weil das hat ja nichts mit dem Output. Das ist ja der Input für mich, das hat nichts damit zu tun. Verstehst du, was ich mein? Da ist kein Wackler, nee, nee. Außerdem haben Ausrufezeichen Steelseries Kopfhörer. Da hatte ich noch nie einen Wackler. Nämlich geiler Scheiß. Nee, das ist irgendwas Hardware-mäßiges vom PCE, das merke ich schon. Wenn's bei Kebab-Chefs auch schon war. Ich seh halt nichts hinter dieser Waffe, ne? Jaaa, Input-Reading! Frech. Er war richtig ins Maul, ey. Das war gut. Ah, das war eigentlich gut! Wie sie da stehen. Ja, und? Haben wir heute wieder. Was machst du zum Mittagessen? Oh, ich geh Kantine. Wie beim Grace, oder wat? Nee, ich wollte da unten in Limgrave. Wollte ich mich mal umsehen. Da gibt's einen neuen McDonalds. Wollen wir mal probieren, naja. Wieder viele Idioten hier unterwegs, ne? Ich weiß gar nicht, was die hier wollen immer. Ja, ich weiß, ich wollte die Tränen tauschen, aber ich will jetzt grad nicht aus dem Rhythmus kommen. I don't know. Ich bin jetzt kurz stur. Ich mach's einfach so. Das ist der Donny Way, Leute. Wauw, lauf! Ja, jetzt hab ich sie. Gutes Lass. Ah, jetzt hüpft sie halt. Was soll das? Es nervt mit dem verfickten Scheiß-Sound! Ich weiß nicht, was das soll, Leute! Ich kann nichts machen! Ist das für euch so nervig, dass das einen beeinträchtigt, Leute? Oder regt es mich mehr auf als euch? Nee, PC-Neu... Glaubt mir, Leute. Als Streamer PC-Neustarten ist immer der größte Abfuck. Weil der Stream ist dann aus und dann auch das VUD muss sich zusammenstückeln. Das ist wirklich... Es tut mir wirklich leid. Ich kann... Ich will euch ja hier das beste Erlebnis immer bieten. Ich kann wirklich... Ich weiß nicht... Ich kann nichts machen. Es ist irgendeine Scheiße vom PC. Äh... Und Neustarten ist so ein Abfuck immer. Nee, das ist wohl überall im Game. Egal, wir konzentrieren uns da nicht drauf. Ja, aber es nervt! Der war dumm, Junge! Egal, FP. Oh, eh nicht. Scheiß Start! Absoluter Scheiß Start! Ich will nochmal neuer machen. Ne, ich will noch nicht nochmal neu. Ah, ich wollte! Ich war gierig! Ich war gierig! Come on, ich mach die jetzt! Ich hab... Ich bin drin! Ich kann die geil Stagger locken! Ich bin der Mann in der... Äh... Oh! I am the red main Freya! The time is coming! Pfft! 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 halt aus und macht genau das Timing so, dass ich halt den... Die hat diesen einen Move gemacht, diesen Parry-Move, ne? Wo man... Wie heißt das nochmal? Wenn das so das Geräusch macht. Ja, ich hab die ganze Zeit hier, ich weiß, hier ist irgendwie so ein Logic-Programm am Laufen und ich weiß nicht, wie ich das ausschalte. Ich hab nämlich Logic deinstalliert, aber ich krieg immer diese... Warte, Logic ist offen. Okay, wow, lol. Alte 4. Was soll das? Ich hab Logic schon deinstalliert, Leute, und ich krieg immer den Fehler, dass er immer Logic aufmacht irgendwie. Ich krieg das nicht deinstalliert, die Scheiße. Ich hab's jetzt aber gefunden, glaube ich, das Problem. Das ist ganz weird, auch immer, wenn ich OBS öffne, krieg ich so ein kleines Logic-Fenster. So, muss ich dann mal wegklicken. Aber ich habe es... Äh, Footloops meine ich. Sorry, nicht Logic. Footloops. Ich kann es nicht deinstallieren. Ist voll komisch. Ist irgendwie unlogic. Klingt nach Virus. Nee, ich glaube, das ist einfach... Ich muss... Ich hab's nicht richtig deinstalliert, oder so. Da war's wieder. Wie kann ich das denn... Ich muss den Prozess stoppen, glaube ich, einfach von... Ähm, von Footloops. Moment. Task Manager? Wie finde ich denn jetzt Footloops? Hier ist irgendein Prozess von Footloops am Laufen. Was auf meine... Äh... Asio-Scheiße da zugreift. Oh, ich hasse das beim Task Manager. Der hüpft jetzt die ganze Zeit rum, weil... Je nachdem, was gerade Auslastung hat, dann fliegt... Ist wie so Chat-Verfolgen im Livestream. Das ist was ich meine. Das geht immer alles... Wenn ich was finde, dann rennt das wieder weg. Kann man nicht nach Prozessen suchen? Deaktiviere nicht verwendete Audio... Warte, das ist gut. Deaktiviere nicht verwendete Audio-Geräte in den Sound-Settings. Okay, let's go. Technik, Donny, let's go. Sound-Einstellung. Ähm. Work-Estream. Und alle Audio-Geräte. Wie gebe ich... Wo... Ich finde jetzt die Settings. Ich weiß nicht, wo das ist. Deaktiviere alle. Oben auf Spalten. Ah, nee. Jetzt geht das wieder los, Leute. Ich habe ein anderes Windows, glaube ich, als ihr oder so. Ähm. Ich weiß nicht, wo die... Wo die... Wo das ist. Das haben wir Geräte. Jetzt macht der Probleme werden ermittelt. Jetzt macht Windows irgendeine Scheiße. Oh, nein. Abbrechen. Weitere Sound-Einstellungen. Hier, Lautsprecher. Digital Audio. NVIDIA Output. D-Series. AUX. Hier. Ist nix. Hm. Eigenschaften. Boah, Freunde. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, wie meine Eltern. Ja, ja, ja. Jetzt macht euch... Macht euch... Macht ruhig eure... Der Mann ist Alt-Gags. Äh. Aber ich hatte das Problem ja noch nie vorher. Bluetooth und Geräte. Geräte. Oh Gott, ich glaube... Sound. Ah, ich habe hier lauter Scheiß. Ähm. Geräte. Sound. Ne, ich weiß nicht, wie es geht, Leute. Egal. Ich gehe... Es tut mir leid. Ich hasse es, wenn sowas ist. Aber ich kann es nicht ändern. Jetzt komme ich nicht ins Game rein. Geil. Oh. Okay. Okay. Okay, komm mal, jetzt kommt... Das Ding ist halt... Mich nervt, dass das mit dem Sound grad ist. Ich kann mich auf das Game nicht konzentrieren. Ich glaube, ich bin grad kurz davor, die zu schaffen. Aber ich... Ich tue mich immer... Das ist halt typisch ADHS-Symptom. Ich konzentriere mich jetzt auf dieses Problem anstatt... Aber ich kann es immer... Guck, da war schon wieder. Das nervt mich einfach. Die macht das. Die weiß doch, was ich mache, Leute. Nein, ich will ja versuchen, die immer am Heilen zu hindern. Ah, nice kick gehabt. Gut, das läuft gut. Hör auf zu rennen, Mann! Der Ficker ist so schnell, der rennt immer so hinterher und dann schlägt der nicht. Der regt mich auf, Mann, dieser Hornet Guy. Der hat so eine Verzögerung in seiner Attacke. Der rennt immer und dann weiß ich mal, wann macht er das jetzt? Ah! Ich hab die. Ach so, Streamtitel muss noch gerne da werden, stimmt. Danke. Verpeilt das Streamer heute. Äh, doch, nee, das Gangplatt machen, steht doch da. Nein, ich hab an alles gedacht. Ich bin gut. Streamtitel ist richtig. Moment. Jetzt bitte ziehen, Schild. Das ist frech. Das erlaube ich nicht. Jetzt heilt sie gleich. Ah! Ich hab gedacht, ich hab spekuliert. Ich hab spekuliert, dass sie heilt. Geh ich zu. Das könnte man gierig nennen, aber eigentlich ist es schlau. Und, hast du den wieder blattgemacht, ne? Ja, ja. Dir war wieder am Nerven, die Leute hier. Okay, aber nein. Agathis. Agathis, eigentlich. Ich spür's, ich spür's im Bauch. Ich spür's, ich spür's, michkiller der Kind. Needle Knight-Leader, Drylead Dane, und unsere Allies werden das niemals geben. Ich bin die Redmayne Freya. Die Zeit hat sich. Ich hoffe, dass sie wertvolle sind. Das ist unser Moment. Wir machen es etwas, zu erinnern. Mann! Da hat wieder nur ein Meter gefehlt, Mann. Die war gestaggert, und ich bin wieder dumm gewesen und hab den R2 schon gedrückt, sodass ich den nicht mehr abbrechen konnte. Aber da hätte ich auch richtig austeilen können. Die lag auf dem Boden. Donnie, heute ein bisschen Jedi Knight? Mach's doch einfach mal. Nee. Bin ich gerade nicht so drin in dem Vibe. Ich will jetzt Elden Ring machen. Wir haben heute mit der Kebabchefs gespielt, by the way. Wir fangen jetzt hier nicht an, Jet, mit Game-Vorschlägen. Verbiete ich. Hier ist jetzt Elden Ring. Ah, das hat sie gelesen. Ich muss noch einen Meter warten bei ihr. Ich kann nicht nicht mehr warten, ich kann nicht mehr warten, ich kann nicht mehr warten, aber das ist unser Leben. Wir schauen uns etwas an, nachher. Die ist gleich tot. Nein, er ist schon da. Grüß dich, mein guter Groupie Lars. Danke dir für den Gruß. Ich grüße dich zurück und steche ganz sanft deinen Kopf. Sorry, ich bin ein bisschen durch. Ähm, ich bin ein bisschen durch. Machen wir es wunderschön, für die Leute in der Trattung und alle, die sie sehen. Es ist besonders für Gunnar Lars. Ein Meter muss ich noch warten, dann kann ich den Vortex ballern. Ah, jetzt macht sie den hier. Jetzt habe ich sie. Fetter R2 jetzt. Barz! R1. Barz! Dodge, dodge. Nochmal dodgen. Durch, durch, durch ballern, durch ballern. Hab den Hammer, sei geil. Jetzt muss ich überheilen. Yes! Nein! Gierig. Nein! Der kleine Wichser wieder. Ich weiß doch, der heilt gleich. Ah, ich bin zu verkopft drauf, ne? Ich glaube, ich muss das lassen mit ihr. Aber ich will nicht, dass die... Weil wenn die heilt, Leute, ist die immer ganz voll nochmal. Jetzt muss ich mich aber heilen. Und haut viermal zu. Das ist halt auch eine Art heilen. Ey, apropos. Oh, weißt du was? Ich bin mal kurz richtig crazy drauf. Wollen wir mal ganz kurz crazy sein, Freunde? Habt ihr Bock auf Craziness? Eins im Chat? Habt ihr Bock auf ein bisschen Craziness? Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen... So ein kleiner... So ein kleiner... So ein bisschen Craziness kam gerade durchs Fenster geflogen. Ist bei mir so reingegangen. Kleines bisschen crazy drauf gerade. Chat, währenddessen redet immer noch davon, dass ich Jedi Knight spielen soll. Ein Spiel von vor 30 Jahren. Okay. Hör auf, jetzt macht sie natürlich eine Riesen-Kombo. War klar. Nein, jetzt heilt sie. Oh, das kann aber klappen, Leute. Das könnte klappen. Wir gehen zu kurz zum Craz. Ich tue meine Flasks umdingsen und auch die Tränen neu besetzen. Und dann haben wir sie. Dann haben wir sie. Nutzt doch die Waffen, die es im Spiel gibt. So muss man einfach spielen, das Spiel, Leute. Ich muss Fenster zumachen, Moment. Wir nutzen einfach die uns zur Verfügung stehenden Mittel in diesem Game. Und ein, ich möchte mal fast sagen, probates Mittel ist die sogenannte Blasphemous Blade. So, liebe Kinder. Und jetzt abschalten. Falsches Grace, glaube ich. Pöööö Cheee Oh! das nehme ich doch mit! Ja das nehme ich doch auch mal mit! Ja gut! Hallöchen! Hallöchen pipa pipi mu pequen 2 Garchen glaube ich ich will jetzt nicht nur den Dings Attack spammen ähm, dann kurz die Wondrous Flask so, ich hab jetzt die Feuerträne kann ich rausnehmen, genau ah, habt ihr schon recht, dann machen wir mal die Stamina Boost Stamina Recovery Speed Boost Stamina, hm, ich glaub Recovery Speed ist besser dann hab ich noch was, ich könnte noch ein paar Seelen poppen und einfach noch leveln, ich glaub ich hab recht viel Zeugs wo sind denn die sortiert eigentlich, die da, geh, wir haben einmal 80.000 130.000 oder zweimal nee, das bringt auch nichts, ich kann die ganzen Dinger hier verkaufen aber naja nee, machen wir nicht, ich glaub leveln ist jetzt nicht das, was den, das Game changed äh, Freunde, kann ich an ein noch näheres Grace? ja, oder? aber hier muss ich doch wieder alles latschen, oder? nee nee, hier ist es ja schon achso, ach krass, okay komplett vorbei, wo wir sind Sacklaffita, hab ich vorhin schon gesagt okay, Leute, ich glaub ich glaub, das könnte klappen wir müssen einfach diese erste so schnell wie möglich wegkriegen und dann mach ich auch nicht mehr äh, diesen L2 groß, denk ich mal sondern einfach jetzt weil die läuft ja auf uns zu das ist so dankbar für diese Attacke wir kriegen zwar diesen ganzen Health Benefit äh, äh, Bonus davon jetzt nicht aber wir haben ja auch noch da haben wir ja auch noch ich bin der Redman Freya die Zeit hat kommen ich konnte nicht dass du nicht so schnell das ist das ist ein Moment wir brauchen jemanden zu erinnern Die ist doch gleich tot Ah, da war ich zu gierig Oh mein Gott, bin ich gierig Manchmal ist es ekelhaft Ich bin manchmal so scheiße gierig Ey, ich red grad wie Montana Black Keine Ahnung, hab mir einen neuen Porsche gekauft Geil Ah, fuck Ich werd grad gierig Ich werd immer am gierigsten, wenn ich weiß Ich bin kurz davor Dass man's schaffen kann Mach doch mal zweihändig Die springt drüber Lol Ich lach mich tot Scheiße Kein Saft mehr Fuckin' scheiß PC Das ist wie die Frau sagte es, wird es sein Lord of the Earth train Ja, ich kann mit meinem Stream Ich bin der Redmayne Freya, der Zeit kommt Ja, und jetzt flippst sie natürlich aus Macht eine 7er-Kombo, fuck off Jetzt hab ich sie Jawohl, komm Yes, die ist weg Heilen, let's go Scheiße, kein Saft Ich mach's so Der geht auch so Scheiß Sound, Alter Junge Halt dein Maul Nein, das war's Der macht nur noch den jetzt, der Ficker Was soll das, der macht den 5 Mal hintereinander Das ist unfair, man Der macht den fucking 5 Mal hintereinander Das mit dem Sound nervt mich im Hintergrund Ich glaub, ich muss jetzt bald mal den Stream beenden Ich mach noch einen Try Ich muss mich mit nochmal drum kümmern, was da los ist Aber ey, ich bin so kurz davor, Leute Ey, ich hab das Da war ich grad einfach dumm bei dem Zweiten Aber ich sag's, du siehst, ey Diese Sound-Scheiße nervt mich im Hintergrund Das nennt mich ab Ja, fang nochmal an Nee, laber nicht Die Dodge 2 von meinen Super-Attacken Nee, so fang mal gar nicht erst an Und Fräulein Red, mein Freya Und du bist nicht hier Ja, fang mal gar nicht erst an Ja, fang mal gar nicht erst an Elgato Audio Control Server? Was ist das denn? Task beenden. Hat sich direkt wieder geöffnet. Ach, ich weiß. Ich bin doch kein PC, Mensch. Ich dachte, Kostoni wäre eingefroren. Nein, ich hab... Frostschutz. Oh, okay. Letzter Trial, Leute. Das regt mich zu sehr auf. Sorry dafür. Aber ich wollte eh nur eine Stunde oder so. Ein bisschen oder sowas wie üben. Nächstes Mal mach ich die. Ich hab jetzt die Strat. Aber ich kann mich nicht konzentrieren. Ich bin da so. Das nervt mich. Oh, nee. Komm. Ja, genau drüber hüpfen, Alter. Oh, so knapp. So knapp, Leute. Das war 10 Zentimeter. Also, Trissett. Nee. Kein Bock mehr. Jetzt muss ich mit den Flasks noch... Von deinem Button-Szenen-Dings ist das doch... Oder Elgad? Ich hab... Hab ich jetzt überhaupt nicht verstanden, was du sagst. Ähm... Leute, wir hauen rein. Sorry. Abrupptes Ende. Er hat... Ich hab jetzt schon dreieinhalb Stunden mehr hier. Ich hab... Ich muss mich um dieses Ding kümmern. Äh, nächsten Stream mach ich... Mach ich diesen Boss. Aber ich mach... Ich mach den dann auch ohne, glaub ich. Tatsächlich. Äh... Ja, das beschäftigt mich auch, weil ich immer denke, vielleicht ist irgendwas... Irgend so eine Scheiß-Software auf dem Computer. Weißt du, wie ich mein? Ich bin da immer ein bisschen paranoid. Hab ich vielleicht doch irgendwie so ein Scheiß-Malware oder sowas. Aber wahrscheinlich ist es irgendwas Easy-mäßiges. Ich bin da echt immer... Wenn mich das im Hintergrund stresst, dann bringt das nichts. Und Neustarten ist auch mal scheiß. Also, äh... Aber trotzdem, ist ja alles gut. Wir machen nächstes Mal weiter. Wir haben jetzt auch länger gestreamt. Ähm... Gucken wir mal kurz, wie man raiden kann. Na... 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 Finde ich jetzt keinen spontan. Hauen wir rein, oder? Scheiß drauf. Was ist denn hier? Komm, wir raiden wieder. Cozy Illen. Die spielt gerade Elden Ring und hat sechs Zuschauer. Die hat sich letztes Mal auch so doll gefreut. Die wird wahrscheinlich jetzt genervt sein, fast schon, weil jetzt da wieder die Hölle los ist. Aber es... Immer kleinere Streamer supporten, ist mein Motto, wenn es geht. Ähm... Haut rein, Leute. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Danke für euren Support. Danke für eure Geduld heute mit diesem fucking Soundproblem. Das nervt mich selber. Aber wir haben Fortschritte gemacht, glaube ich. Würde ich sagen. Ich glaube wirklich, dass der mit frischem Kopf nächstes Mal mit dieser Strategie, den Blasphemous Blade und so, noch vielleicht ein paar Stamina-Items einpacken, dann geht das. Morgen Mittwoch kann ich nicht versprechen, dass ich streame. Spätestens aber dann Donnerstag. Ich gucke mal, wie es morgen mir reinläuft. Ansonsten kann ich euch sehr empfehlen, morgen, auch wenn ihr meinen Podcast noch nicht hört, nehmt das mal als Einstiegsfolge. Die wird heißen Murmelmania oder sowas. Ist eine gute Folge. Kommt morgen raus oder heute Nacht um 0 Uhr sozusagen. Haut rein, Leute. Durch deine Streams fühle ich mich doppelt gut in Elden Ring. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke, Tumult. Ehre. Du mich auch. Bis dann, Leute. Haut rein. Danke, danke. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Stream. Tschüss, tschüss. Schönen Abend. Ich gucke mir rein. Untertitelung des ZDF, 2020